Hallo! Ich bin wieder da und wir gucken nach Trainers. Wir sind hier schon runtergedüst. Was steht da? Ich darf das nicht lesen. Route 16, Prismania CD, Fuchsania CD. Okay. Ah, jetzt ist hier endlich mal kein Backup mehr. Hallo! Ja, sicher, ich mach dir Platz. Das war nicht die Stimme verstellt. Ein Slimer. Ich hau jetzt noch die letzten Psych-Strahle raus, solange Shen noch lebt. Weil, ich glaub, lange macht die nicht mehr mit. Psych-Strahls. Ähm. Und mir ist gestern Abend kurz vorm Schlafen gehen, ist mir eingefallen, was ich als nächstes Let's Play machen werde. Weil ich hab mir gedacht, bevor ich dann den anderen Teil davon mach, mach ich erstmal das. Aber das werdet ihr erst am Ende des Let's Plays hier erfahren, was denn dann Sache ist. Würde doch, glaub ich, nicht so lange dauern. Also, muss ich grad mal überlegen. Ich denk mal so um die 20 Parts wird das dauern, wenn überhaupt. Das war jetzt der Letzte, ne? Und dann ist es ja momentan... Oh Gott, wie heißt das? Äh, die Lost Levels. Super Mario Bros. 2. Treib mich nicht in den Wahnsinn! Ähm. Am Spielen? Am Let's Playen? Und da bin ich total immer mitfiebern, ey. Ich bin furchtbar gemein und erfolgs-süchtig. Mhm. Ach, wieder so'n Typi. Was hast du denn? Ein Mach-Rollo. Level 33. Scheinern! Wow, das ging ja fix. Nein, 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 nein! Mhm. Hallo! Hey! Du hast mich angerempelt. Ja, das ist möglich. Eins. Ja, solange die immer nur eins haben, ist mir das ziemlich... Wumpe. Eins ist ne gute Zahl. Hä? Oh, kein... Obwohl, ich bin, glaub ich, tot. Vor allem ich. Shen ist tot. Alex! Aber du machst ihn jetzt fertig, ne? Ja. Wunderschön. Wie doch, Alex, füllen die Punkte. Rums, überrumpelt. Lass uns spielen, Hasenfu... Hasenfuß? Hasenfuß hat doch, äh... Ist doch ein Glücksbringer, oder nicht? So eine Hasenpfote. Finde ich irgendwie ekelhaft. Äh, Surfer? Hat es das immer gemacht? So am Ende dieser Sprudel, die nach oben ging? Ich mach hier auch mal... Surfer. Ja, ich glaub schon. Uh! Er hat so ganz langsam abgebremst, so gegen Ende. Yay! Du kleine Ratte! Du besetzt ein schönes Fahrrad. Her damit! Ey, das sind ja alles Ganoven hier, ey. Der mit seiner Peitsche. Oh, komm mal, nur noch ein bisschen Surfer, ne? Das ging ja ganz gut damit. Nice! Ein Menki. Gestern wollte ich eigentlich noch was für die Schule machen. Da hab ich mir ja erst mal was zu essen gemacht. Und während dem Essen hab ich dann, äh, irgendwas im... im Fernsehen geguckt. Also ich hab erst mal... Und was war da denn? Keine Ahnung, wie Berlin Tag und Nacht oder sowas lief da. Und das konnte ich mir dann nicht mehr mit angucken. Und, ähm, hab ich dann einfach weitergeschaltet. Und dann bin ich auf so einer Zoosendung hingeblieben. Wo verschiedene Zoos, wo da immer was gezeigt wurde. Und das war einmal der Duisburger Zoo. Dann, glaub ich, Fuppertal. Äh, und noch andere. Hahaha. Und das war ganz cool. Vor allem im Duisburger Zoo. Yay! Alex erreicht Level 41! Okay, yo! Okay. Okay. Oh. Ich wollte da gar nicht rein. Hallo! Was willst du? Was willst du? Eiger möchte kämpfen. Hol ich mir gleich den Detektor oder nicht? Ich weiß es nicht. Macht das Sinn? Wenn ja. Ne, wenn nein. Wie macht es Sinn? So war das. Ach, ich bin so dumm. Ich gehe jetzt gleich auf jeden Fall erstmal wieder in das Häuschen rein. War da nicht vielleicht dieser Typ? Ich weiß das jetzt gar nicht. Also der mit den 50 Pokémon. Wage ja nicht zu lachen. Mach ich doch gar nicht. Ah, guck mal. Ein, ein Relaxo. Äh, ich brauche das Relaxo. Was ist überhaupt mit dir los? Ob, wer ist das da oben? Der Radweg ist eine abschüssige Küstenstraße mit herrlichem Streckenverlauf. Mhm. Ich war hier noch gar nicht. Was mit dir? Wir werden mit dem Rad fahren. Ja, schön. Ich mache mit meiner Freundin einen Ausflug. Mhm. Hm. So. Ähm. Speichern. So. Weil das möchte ich ja jetzt gerne fangen. Aber ich mache das nicht mit dem Meisterball. Heißt der, glaube ich so? Nicht mit dem, weil ich möchte mir noch gerne einen Pokémon angeln. Äh. Eins von den legendären Eins habe ich ja schon verscheucht. Aber es gibt wohl noch Zap... Was war das? Zapdos gibt es, glaube ich, noch. Und dann noch so ein Feuerding. Und das Zapdos ist in irgendeinem Umstand. Oder ex-Elektrizitätswerk oder sowas. Und dann gibt es noch irgendwo ein anderes. Und ich glaube, das andere möchte ich haben, dieses Feuerding. So. Ein schlafendes Pokémon versperrt den Weg. Ach, fuck. Ich habe die Poké-Flöte, glaube ich, gar nicht dabei. Oder? Profi-Angelflucht-Sei-Bla-Bla-Bla-Bla-Bla-Bla. Nö. Dann tritt es doch. Ach, komm, ey. Jetzt kann ich den ganzen Weg nochmal zurückfahren. Nee. Ich fahre mal bis zu diesem Schild, wo das stand, von wegen Ausschau halt nach Items. Ein Hinweis. Achte auf weggeworfene Items. Ja, ist gut. Ha! Okay, also ich kann... Ich darf das zuspammen. Das ist schön. Hört man vielleicht. Ich weiß nicht, ob das geht, wenn ich nach oben drücke. Ah, fuck. Deswegen werde ich hier nochmal ganz nach oben düsen. Oben, oben, oben. Och, Gott. Und? Wer dann von oben nochmal alles abgrasen? Och, Gott. So schön spannend für euch, ne? Habe ich auf jeder Seite schon gemacht? Ich weiß es nicht. Ja. Ich finde das total dumm mit diesen... Wir sind unsichtbaren Items. Ach, ja. Huh. Da habe ich dort die Taste losgelassen. Ich glaube, ich fange hier neben erst auf diesem Streifen an. Auf dem grünen Streifen. Habe ich die schon? Ja. Boah, wie weit ist das denn? Na, ihr habt gesagt, hier wird irgendwo so ein Kackding rumliegen. Aber es kann doch sein, dass das irgendwie nach Relaxo irgendwo rumliegt. Ne. Okay. Keine Ahnung. Eh. Eh. Ähm. Genau, ich wollte mir im Poké Center meine Pokéflöte holen. Sonst komme ich da nicht vorbei. Bäh. So, ich habe noch, glaube ich, eine TM. Beziehung von Jull. Mit dem Ablegen. Und zwar... Hm. Hier die TM. Okay. Und aufnehmen. Pokéflöte haben wir sie doch. So, und ich werde jetzt noch in den Markt gehen und mir noch ein paar Hyperbälle kaufen. Weil wegen Relaxo und so, ne? Äh, Christoph? Ja. Äh, kann ich dir behelfen? Äh, Kauf. Hyperbale. Oh, wir haben so viel Geld. Wie viel kaufen wir denn nochmal? 20 oder wat? Ach. So. Okay. Ich hoffe mal, dass die... Ach Gott, wie waren wir denn jetzt? 35 Stück, dass die reichen. Wenn ich starte das Spiel neu. Ach. Ähm. Genau. So, und damit das jetzt ein bisschen schneller geht, und weil wir schon die 15 Minuten rum haben, werden wir uns in der nächsten Aufnahme oben bei dem Relaxo, äh, wiedersehen. Ne? Bist doch Bescheid. Und, eb Эif, Sh-